Der Unterarmtrainer von Sportime ist ein Trainingsgerät, das sich speziell zur Kräftigung der Unterarm- und Handmuskulatur eignet. Es besteht aus einer stabilen Griffstange aus Holz, einem reißfesten Seil mit Einhängeschlaufen und aus einem Wickelelement. An dem 165 cm langen Seil befinden sich alle paar Zentimeter Schlaufen zum Einhängen des Karabinerhakens. Zur Befestigung der Handelscheiben wird der Haken einfach durch die Handelscheibe geführt und dann eingeklickt. So lässt sich das gewünschte Gewicht schnell anpassen. Da die Höhe, in der die Handelscheibe befestigt wird, frei gewählt werden kann, ist der Unterarmtrainer auch für größere Athleten uneingeschränkt nutzbar. Die Übung ist einfach, aber effektiv. Der Unterarmtrainer wird mit ausgestreckten Armen vor dem Körper gehalten. Das Seil mit dem eingehängten Gewicht wird langsam auf- und wieder abgewickelt. Der Sportteam Unterarmtrainer ist das perfekte Trainingsgerät für Sportler, die viel Kraft in den Unterarmen brauchen.